Hallo YouTube! In diesem Video zur induzierten Radioaktivität wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was passiert, wenn Kerne stärker zerfallen als nur über Absendung eines Neutrons, eines Protons oder eines Elektrons oder was auch immer wir im letzten Video kennengelernt haben. Stattdessen wollen wir uns heute starke Zerfälle anschauen, wie zum Beispiel der induzierte Zerfall von Uranium. Schießen wir ein Neutron, Gesamtzahl von Teilchen 1, Anzahl von Proton 0, auf ein Urankern, 235 insgesamt, 92 Protonen, dann kann dabei etwas Interessantes passieren, zum Beispiel zerspringt der Urankern N2, Es gibt dann 92, 36 Krypton, das heißt 92 insgesamt, 36 Protonen, also Krypton, 141 insgesamt und 56 Protonen, also Baryon. Wir sehen aber, dass sich diese beiden noch gar nicht aufteilen auf den gesamten Kern, sondern 92 plus 141 sind 133, 92 plus 141 sind 233. Es fehlt also noch ein bisschen zu den 236 von links. Die Protonen sind aber schon alle verteilt. 56 hier, 36 hier macht insgesamt 92. Das heißt, was übrig bleibt, sind nur zusätzliche Neutronen, drei Stück, um genau zu sein. Und wir sehen also, dass damit, wo unsere Reaktion aufhört, auch damit ist, wo unsere Reaktion angefangen hat, und zwar ein Neutron, was schnell ist. Das heißt, mit einem schnellen Neutron, was auf Uran prallt, kriegen wir ein paar Zerfallsprodukte, die nicht so wichtig sind, aber auch neue Neutronen, die also neue Zerfälle induzieren können. Das ist die Idee der Kettenreaktion des induzierten Zerfalls. Wir benutzen die Zerfallsprodukte, also meistens Neutronen, dafür, um neue Zerfälle zu induzieren, meistens durch den Zusammenstoß von Neutronen mit besonders schweren Kernen, wie zum Beispiel 235 Uran, der dabei auseinanderbricht und wieder neue Neutronen erzeugt, die dann wieder auf den schweren Kern prallen, der dann wieder auseinanderbricht, neue Neutronen erzeugt und so weiter und so fort. Jetzt gibt es nur ein paar Sachen, die man dabei beachten muss, bevor man eine Atombombe hat. Zuerst mal sind die Neutronen etwas zu schnell für direkte weitere Reaktionen. Das heißt, normalerweise braucht man etwas zum Bremsen. Dafür kann man den Stoff selber benutzen, Uran selber, was in Atombomben gemacht wird, oder man benutzt zum Beispiel schweres Wasser zum Bremsen. Das heißt, hierbei wird etwas der Energie absorbiert. Und damit haben wir dann eine sich weiter vervielfachende Kernreaktion. Das heißt, Kerne werden gespalten, gespaltene Neutronen werden irgendwie wieder zurückreflektiert oder gebremst, treffen auf neue große Kerne und spalten diese wieder und erzeugen damit neue Freunde. Das Ganze kann dann schnell in einer Kettenreaktion ausufern und führt dann zu einer gigantischen Explosion, zum Beispiel durch die große Ansammlung von vielen Neutronen mit sehr viel Energie, die dann in die Atmosphäre entladen wird. Das erzeugt eine Schockwelle und das ist dann eine Atombombe. Oftmals wollen wir aber nicht, dass wir einen Atombombe haben, sondern wir wollen, dass wir zusätzliche, zu große Energie absorbieren. Und da müssen wir besonders auf diese Neutronen aufpassen, denn die Neutronen würden für weitere Reaktionen sorgen. In diesem Fall für drei neue Reaktionen pro eine Reaktion. Das heißt, wenn wir irgendwie die Energie dieser Neutronen vernichten können oder die Neutronen selber vernichten können, dann können wir dafür sorgen, dass für eine Reaktion nur eine neue Reaktion stattfindet und damit eine Reaktion zwar kontinuierlich stattfindet, aber sich nicht immer größer und immer größer macht. Dafür sind dann die Absorptions- oder Bremsstäbe in einem Kernkraftwerk. Sie bestehen meistens aus sehr absorptionsfähigen Materialen, was selber nicht radioaktiv wird, was selber nicht zerfällt, wenn es durch einen Neutronen getroffen wird. Und damit können die Neutronen nicht mehr einfach weiter lustig im Wasser herumfliegen, dabei ein bisschen gebremst werden, sondern wenn sie auf einen dieser Absorptionsstäbe treffen, werden sie richtig hart gebremst und bleiben in diesem Stab stecken. Der Stab wird dadurch natürlich nach einer Weile selber radioaktiv. Das ist also die Idee von einem Kernkraftwerk, was meistens mit sogenannten Druckwasserreaktoren aufgebaut wird. Das heißt, wie funktioniert das, dass wir ein Kernkraftwerk benutzen? Das heißt, wir haben hier vorne unsere Brennelemente, das heißt unser Uran, hier vorne in einem großen Tank hier vorne, von oftmals heißem Öl oder heißem Wasser, was also einfach nur dafür da ist, unsere schnellen Neutronen zu bremsen, damit sie weitere Reaktionen verursachen können. Zusätzlich haben wir hier vorne die Steuerstäbe. die dafür da sind, neue Reaktionen zu verhindern, indem sie den Neutronen absorbieren. Was durch diese Reaktion hier vorne ausgelöst wird, ist eine ganz schöne Menge an Energie, die frei wird, die dann als Hitze in diesem Stoff hier vorne gespeichert werden kann. Die Hitze können wir dann benutzen, um zum Beispiel in einem Wasserkreislauf hier vorne Dampf zu erzeugen. Das ist normalerweise eine sichere Art und Weise, als den radioaktiv verseuchten Stoff hier vorne selber irgendwo in die Umgebung kommen zu lassen. Also benutzen wir hier vorne einen Sekundärkreislauf, indem wir einfach nur Wasser zum Dampfen bringen, durch Turbinen treiben, denn Dampf hat deutlich mehr Volumen und damit deutlich mehr Druck als das Wasser selber. Das heißt, das Wasser wird hier vorne aufgedampft, erzeugt dadurch gigantischen Druck wegen der Volumenerhöhung, wird dann durch die Turbinen gedrückt und am Ende müssen wir es irgendwie wieder zu Wasser machen. Das heißt, wir müssen es irgendwie wieder flüssig kriegen. Und dafür müssen wir es also abkühlen. Das wird in einem sogenannten Kondensator gemacht. Aber auch hier wollen wir eigentlich nicht das Wasser direkt benutzen, was indirekt mit der radioaktiven Flüssigkeit hier vorne zusammenkommt. Also benutzen wir sogar noch einen Terzierenkreislauf, damit wir ganz sicher sind, dass da keine Radioaktivität irgendwie übrig bleibt. Und der Terzierenkreislauf ist also nur der Kühlwasserkreislauf, der nichts anderes macht, als den Kondensator hier vorne zu betreiben. Und dafür sind diese gigantischen Türme überhaupt erst da. Das heißt, die Türme sind eigentlich der kleine Teil beim Atomkraftwerk. Was machen die? Na, die saugen ein bisschen Wasser auf, das Wasser kühlt, wird dabei selber erhitzt und das erhitzte Wasser kann dann also Dampf verursachen. Das Wasser, was also aus den Atomreaktoren rauskommt, diese Wolken, die dabei produziert werden, sind also wirkliche Wasserwolken, nicht etwa radioaktiv verseuchte Todeswolken. Wie es bei einer Atombombe passieren kann, wo der radioaktive Stoff einfach direkt ins Wasser oder in die Luft geblasen wird. Ein Kernkraftwerk hat deswegen also oftmals mehrere Kreisläufe, zum Beispiel hier vorne einen Dreifachkreislauf. Von den angetriebenen Turbinen kriegen wir dann übrigens unsere Energie. Wir wissen auch schon wie. Hier vorne drin ist ein Dynamo. Die Belegung einer Leiter schleift durch ein Magnetfeld, erzeugt ein zeitlich veränderliches elektrisches Potenzial oder auch Strom, was dann durch einen Transformator transmiert werden kann und zu uns nach Hause in die Steckdose gesendet werden kann. Der einzige Austausch vom Kernkraftwerk zu anderen Kraftwerken ist dabei hier vorne nämlich dieser linke Teil. Das heißt, in einem Kohlekraftwerk würde statt hier vorne Kernzerfall von Uran zu benutzen, würde man hier vorne Verbrennung von Kohle benutzen oder im Ölkraftwerk Verbrennung von Öl. Idee ist dabei die gleiche. Wir können natürlich auch versuchen, die Energie ausrechnen, die dabei herauskommt. Und das würden wir machen, indem wir die Formel E gleichem c² benutzen, die eigentlich nicht ganz vollständig ist. Da fehlt noch die Bewegung der Teilchen selber. Aber wir nehmen einfach mal an, dass die Teilchen alle relativ langsam sind und sich damit nicht schnell bewegen. Zusätzlich vernachlässigen wir Faktoren von der Lichtgeschwindigkeit, denn es ist immer nervig, hier vorne noch ein c² aufzuschreiben. Merken wir uns einfach im Kopf. Wir hauen also ein Neutron auf ein Uranatom drauf, kriegen Krypton, Baron und drei neue Neutronen raus. Die Frage ist jetzt, ist das einfach zweimal die gleiche Masse hier vorne und damit ist die Energie einfach gleich Null? Und die Antwort ist, nein, interessanterweise nicht. Denn der Urankern ist nicht einfach nur 143 Neutronen und 42 Protonen, wie wir es vielleicht erwarten würden, sondern wenn wir diese Massendifferenz bilden, ist die kleiner als Null. Was seltsames passiert dabei. Der Urankern ist also leichter als die zusammensetzenden Teile. Der Grund dafür ist die sogenannte Bindungsenergie, die für solche Kernsachen normalerweise einfach geben ist über die negative Massendifferenz. Das heißt, was wir eigentlich hier berechnen, ist nicht wirklich die Masse des Urankerns, sondern es ist eher die wirkliche Masse des Urankerns plus die gesamte Energie, die in den verschiedenen Teilen drin steckt. Das heißt, die wahre Masse, 143 Neutronen und 42 Protonen und zusätzlich die Energie, die da drin steckt. Die Energie, die da drin steckt, ist aber, weil das Ganze ein gebundenes System ist, negativ. Das heißt, es fehlt dem System interessanterweise Energie. Im Vergleich zu einfach nur Neutronen und Protonen zu sein, fehlt dem System Energie. Der Grund für dieses scheinbare Paradoxon ist, dass das alles ja eigentlich aufgebaut ist aus Up- und Down-Quarks und Glonen. Die Up- und Down-Quarks haben dabei vernachlässigbar kleine Massen, sondern die wahre Masse steckt eigentlich immer nur in den Glonen drin und zwar nicht als Masse, sondern als Energie. Das heißt, das Neutronen und das Proton brauchen einfach sehr viel mehr Gluonenenergie, um zusammengehalten zu werden, als der Urankern. Damit kann der Urankern also insgesamt weniger Bindungsenergie brauchen, als die 143 Neutronen und 42 Protonen zusammen. Das heißt, wenn man einfach naiv die 143 Neutronen und 92 Protonen aufeinander addiert, erhält man eine Masse, die größer ist als die Masse des Urankerns. Das liegt daran, dass im Urankern die Gluonen effizienter benutzt werden können. Und damit haben wir eine negative Bindungsenergie. Wenn man sich das Ganze berechnet, erhält man, dass die Urankern weniger Bindungsenergie haben, als zum Beispiel Eisen. Und das gleiche gilt auch, wie zum Beispiel für Wasserstoff, Helium, Sauerstoff und so weiter. Eisen ist dabei, interessanterweise, der Stoff mit der größten Bindungsenergie. In diesem Fall zurückgerechnet auf Pro Nukleon. Das heißt, auch wenn Uran insgesamt am meisten Energie hat, pro Bestandteil vom Uran hat es doch etwas weniger Energie als pro Bestandteil vom Eisen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in Baryon und Krypton zerfallen wollen, dann ist am Ende Baryon und Krypton plus drei Neutronen die Summe der Teilchen natürlich immer noch die gleiche, wie beim Anfang. 235 Uran und ein Neutron. Aber zwischendurch hat sich die Energie der einzelnen Nukleon jeweils geändert. Wenn wir zu viele Neutronen und Protonen zusammenwerfen, dann ist das schlecht für den Kern. Denn der Kern wird dadurch ziemlich gigantomanisch und Kernkraft ist interessanterweise eine Kraft, die nicht besonders weit reicht. Wenn wir also sehr, 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 sehr große Kerne versuchen aufzubauen, dann kann es sein, dass die verschiedenen Teile des Kerns gar nicht mehr über die starke Kernkraft miteinander sprechen können, sondern die starke Kernkraft geht irgendwo in dem Kern verloren. Das heißt, es sind nur noch einzelne Teile des Kerns, einzelne Blobs des Kerns miteinander verbunden. Und das ist natürlich schlecht für den Gesamtzusammenhalt des Kerns. Es ist dann relativ einfach, dass der Kern zerfällt und in einzelne Blobteile zerfällt. Das heißt, dort ist dann die Fission oder Spaltung relativ einfach, wenn der Kern zu groß wird. Wenn der Kern noch zu klein ist, dann haben wir hier einzelne Protonen oder einzelne Neutronen, die an sich eigentlich energetisch gar nicht so günstig sind, sondern wir haben gesehen, dass die Gluonen effizienter benutzt werden können, wenn mehr Up- und Downcorks zusammen sind. Und damit ist Eisen einfach effizienter. Das wäre dann die Richtung der sogenannten Fusion. Das heißt, wir haben Fusion, wo wir auseinander fliegen und wir haben Fusion, wo wir zusammen fusionieren. Beides erhöht die Bindungsenergie oder erniedrigt die Gesamtenergie. Und wir können direkt ablesen, welche Reaktionen hier vorne zum Beispiel besonders sinnvoll sind. Zum Beispiel ist es sinnvoll, von Wasserstoff versuchen zu fusionieren, bis wir irgendwann bei Eisen ankommen oder von Uran aus zu spalten, bis wir irgendwann bei Eisen ankommen. Der Weg von rechts nach links ist normalerweise etwas problematisch, weil bei der Fission und Spaltung Elemente herauskommen, die normalerweise weiterhin radioaktiv sind. Und das meistens mit gigantisch langen Halbwertszeiten, die also auf ewig den Planeten verstrahlen. Bei der Fusion sind die meisten Elemente, die dabei rauskommen, einige der Elemente mit den niedrigen Anzahlen von Protonen, niedriger Anzahl von Neutronen, sind also entweder sehr, sehr, sehr schnell radioaktiv oder gar nicht radioaktiv, sondern stabil. Das heißt, bei der Fusion kommen normalerweise stabile oder wenig radioaktive Sachen raus, die wir also gut benutzen können, ohne die ganzen Probleme mit der Abfallentsorgung der Fusion zu haben. Fusion scheint also ein super Thema zu sein. Schauen wir uns das mal genauer an. Bei der Fusion setzen wir verschiedene Grundbausteine, wie zum Beispiel Wasserstoffatome oder Protonen, wie man es auch nennen könnte, zusammen und versuchen da auch etwas anderes zu bauen. Zum Beispiel, wir bauen zwei Protonen zusammen, dann würden wir rausgehen, naja, Helium. Zwei Protonen sind Helium und insgesamt hat das eine Massenzahl von zwei. Und wenn ihr auf unsere Zerfallskette oder Nukleidkarte schauen würdet, seht ihr schnell, daraus entsteht dann 2,1 Wasserstoff und Positron und Neutrino ist also Beta-Plus-Zerfall hier vorne. Aber keine Sorge, wir schmeißen einfach weitere Protonen drauf und dann entsteht daraus Helium. Und, naja, ein bisschen Energie wird dabei abgestrahlt in Form von Gammastrahlung. Das ist noch nicht ganz das richtige Helium, das ist noch nicht ganz das 4,2 normale Naturhelium, sondern das 3,2 Helium, der Isotopen-Cosin vom Helium. Das heißt, schmettern wir einfach noch ein bisschen 3,2 Helium aufeinander und wir erhalten dann unser richtig gutes, schönes 4,2 Helium und wir erhalten sogar ein bisschen Wasserstoff zurück, was wir für weitere Fusionen benutzen können. Wunderschön. Das ist also der sogenannte PP-Prozess, bei dem vier Protonen in Helium umgewandelt werden und ein bisschen Abfall, wie zum Beispiel Positron und Neutrino und natürlich Energie. Die Energie kann man sich approximativ ausrechnen, also ungefähr ausrechnen, indem man die Bindungsenergie ausrechnet. Das heißt, wir nehmen die negative Massendifferenz. Wir fangen an mit vier Protonen. Es kommt raus Helium, zwei Positronen, die also die Masse von zwei Elektronen haben, Antimaterie hat die gleiche Massen wie Materie und zwei Neutrinos. Die Masse von Neutrinos ist komplett vernachlässigbar, sie sind winzig kleine, unglaublich leichte Teilchen. Die Masse von zwei Elektronen ist ungefähr 2 mal 511 kV, Gilelektronenvolt. Wenn man diese Massendifferenz hier vorne ausrechnet, kommt daraus ungefähr 24 Megaelektronenvolt, 24 Millionen Elektronenvolt, plus minus, wie genau man diese Rechnung hier vorne wirklich ausführt. Dies ist ungefähr die Art von Fusion, die wir versuchen nachzumachen als Menschheit in Fusionsreaktoren. Und das Problem bei diesen Fusionen ist folgendes. Was brauchen wir, um diese Fusionen stattfinden zu lassen? Wir müssen ein Proton auf ein Wasserstoffatom hier vorne draufsetzen. Wir müssen ein Proton auf ein Wasserstoffatom schießen. Und das ist ein unglaubliches Problem. Denn Proton, positiv geladen, Wasserstoffatom, positiv geladen. Das heißt, wir brauchen Energie, um die beiden aufeinander zu schießen. In einem gigantischen Stern gibt es einen gravitationellen Perlaps. Das heißt, alles wird von der Gravitation aneinander gezogen. Und das heißt, es gibt überhaupt gar kein Problem, unglaublich hohe Energien zu kriegen. Denn der Stern ist einfach unglaublich, unglaublich, unglaublich schwer. 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm ist unsere Sonne schwer. Etwa Millionen Mal schwerer als unsere Erde. Die etwa Trillionen, Trillionen, Millionen Mal schwerer ist als ihr. Plus minus ein paar Größenordnungen. Die Gravitationskraft, die die beiden hier vorne aufeinander pressen kann, ist also gigantisch. Während wir Menschen uns irgendwie anders damit behelfen müssen. Das heißt, wir versuchen das mit elektromagnetischen Feldern hinzukriegen, dass die beiden sich trotzdem irgendwie treffen. Und unglaublicherweise schaffen wir es trotzdem irgendwie, dass sie sich aufeinander treffen und dass wir dabei sogar Energie gewinnen. Natürlich ist diese PP-Fusion, wo wir vier Protonen oder vier Wasserstoff gerne aufeinander prallen lassen, nicht die einzige Fusion, die wir machen können. Das heißt, die Standardreaktion, die in Sternen stattfindet, ist normalerweise die Reaktion des PP-Prozesses, wo wir Wasserstoff zu Helium zusammenschmelzen. Manchmal kommt dabei auch ein bisschen Lithium und Bohr raus. Aber es gibt auch andere Reaktionen. Stellen wir uns zum Beispiel vor, der gute Stoff, Wasserstoff, ist größtenteils verbraucht in einem Stern. Stattdessen hat der Stern unglaublich viel Helium übrig. Und jetzt gibt es ein Problem für den Stern, denn mit dem Wasserstoff hat er eigentlich gegen den gravitationellen Kollaps versucht aufzuhalten. Jetzt ist kein Wasserstoff mehr da, Wasser verbrennen kann oder zumindest so wenig, dass der Gravitationskollaps anfängt wieder anzufangen und der Kern fängt an zu kollabieren. Immer weiter, immer weiter, bis die Gravitationskraft irgendwann so stark wird, dass wir den nächstgrößeren Prozess anfangen können. Und zwar den Triple Alpha Prozess, wo drei Alphas, also Helium-4-Kerne, zu Kohlenstoff zusammengeschmolzen werden können. Der Grund, warum wir nicht über andere Stoffe gehen können, ist, dass Beryllium-8 sehr, sehr, sehr schnell zerfällt und es kein anderes Stabilisiotop von Beryllium gibt und damit da irgendeine Lücke ist, die wir nicht einfach überbrücken können. Der 3 Alpha Prozess ist der nächst sinnvolle Prozess und der passiert also dann als nächstes, wenn unser Stern also weiter kollabiert ist. Irgendwann kommt es dann zum 3 Alpha Prozess und der Stern kann wieder aufleuchten und der Stern kann wieder anfangen. Dabei wird er sogar oftmals ziemlich groß und wir erhalten rote Riesen. Aber auch selbst Helium kann ja irgendwann verbraucht sein. Was macht der Stern dann? Na, wenn Helium verbraucht ist, dann benutzt er einfach das nächste, was rausgekommen ist. Zum Beispiel hier vorne Kohlenstoff. Der Stern geht dann also von Kohlenstoff zu Stickstoff, baut Wasserstoff ein, von Stickstoff zu Sauerstoff, baut Wasserstoff ein, von Sauerstoff wieder zurück zu Kohlenstoff und dabei verliert er ein 4 Helium. Das heißt, mithilfe des CNO-Prozesses, mithilfe des Kohlenstoff-Stickstoff-Sauerstoff-Prozesses kann also weiterer Wasserstoff zu weiterem Helium fusioniert werden. Aber auch der Prozess mag irgendwann nicht mehr effizient genug sein und dann muss der Stern sich was anderes ausdenken, wie zum Beispiel Kohlenstoff aufeinander prallen lassen und dann gibt es Neon, Natrium, Magnesium, die die nächste große Reihe bilden, die es dann so ähnlich wie der CNO-Prozess schaffen, auch kleinere Elemente wieder zusammenzuschmelzen, wie zum Beispiel Sauerstoff, Wasserstoff und Helium. Mit weiterem Kohlenstoff kommen wir dann auch von Neon zu Magnesium und das heißt, wir haben hier einen großen Zyklus mittlerweile von Neon, Magnesium, Natrium und Sauerstoff, die alle ein bisschen zyklisch ablaufen, wobei immer wieder Kohlenstoff hier vorne reingebracht werden muss in den Prozess und dabei auch katalytisch ein bisschen Wasserstoff und Helium brennen. Der nächst größere Schritt ist das Brennen von Sauerstoff selber zu Silizium und auch hier gibt es wieder so einen Zwischenprozess, wo es dann Silizium, Phosphor, Schwefel, Magnesium, Helium gibt, die alle ein bisschen miteinander rumrennen und das ist schon der letzte große Prozess, der wirklich stattfinden kann. Was danach passiert, falls ein Stern denn überhaupt so dicht werden kann, was nur für die allergrößten Sterne gilt, ist, dass der Stern sein letztes Helium aufbraucht, um verschiedene Fusionen stattfinden zu lassen. Zum Beispiel Silizium zu Schwefel, Schwefel zu Argon, Argon zu Kalzium, Kalzium zu Titanium, Titanium zu Chrom und Chrom zu Eisen. Und nach Eisen, tja, Problem, nach Eisen ist die Bindungsenergie maximal. Das heißt, von dort aus macht keine weitere Fusion mehr Sinn. Das Einzige, was danach noch Fusionen betreiben kann, sind sogenannte Supernovae, wo Sterne wirklich massiv explodieren. Mehr dazu hoffentlich irgendwann wirklich in ein paar Astrophysik-Videos. Dort gibt es dann zwei verschiedene Prozesse, die also sehr schnell, also sehr englisch rapidly oder sehr langsam, also englisch sehr slow miteinander fusionieren und zwar irgendwelche Stoffe und da einfach irgendwas draufprallen lassen. Zum Beispiel Wasserstoff. Wenn das sehr, 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 sehr schnell passiert, wird einfach immer mehr Wasserstoff draufgeworfen, bis der Kern irgendwann ganz am Ende anfängt zu zerfallen. Oder es gibt immer Zwischenschritte beim langsamen Prozess, wo zwischendurch immer wieder ein bisschen Beta-Zerfall standfinden kann. Denn auch der Beta-Zerfall braucht seine Zeit. Okay, das war es also zu induzierter Radioaktivität und Fusionen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschöli.